Ich möchte euch jetzt nicht erzählen, wie schlimm es um das Klima steht oder wie katastrophal es ist, dass die CO2-Konstellation in der Atmosphäre höher ist als Menschen, die jemals erlebt haben. Das wisst ihr alles. Und abgesehen davon wissen wir auch, wer schuld ist. Bei dem Klima ist es herzlich egal, wer es zerstört. Den Klima interessiert es nicht, wer gerade dafür verantwortlich ist. Und abgesehen davon, wer schuld ist, wer schuld ist. Keiner von uns ist alleine schuld an der Klimakrise. Im Gegenteil, die Verantwortung oder die Schuld daran ist auf sehr wenige Schultern verteilt. .